Ich bin Claudia Schluep. Ich wohne hier in diesem wunderschönen alten Schulhaus zusammen mit meinem Mann, Marco. Uns zwei wundervollen Kinder, Jael und mich. Und wir sind mega glücklich damit. Seit 20 Jahren. Ich habe Marco-Lehrer kennen und uns war klar, dass wir auf dem Land eine Familie gründen wollen. Ich habe das Haus entdeckt und gesagt, ich gehe hier leben. Marco, wir leben hier in diesem Haus. Wir sind hier in einem total schlimmen Zustand, mit uralten Fenstern, einem Dachstock, der wirklich reingeschneit und reingeregnet hat. Du weisst noch, dass man einfach für die Glase die Feinstremung hat. Wirklich, dass man die Finger heran konnte und das hat voll die Tränen. Und wenn ein Auto durchgefahren ist, dann hat es ... Ja, das ist ganz schlimm. Wichtig war, möglichst viel Raum zu behalten und möglichst viel Raum zu nutzen. Also ist die Idee natürlich, wo kommt die ganze Küchengeschichte her. Und für das wollten wir Dachschräge nutzen. Weil hinten dran ist noch einen Meter auseinander. Ist ja die Führung gewesen, also wollten wir das brauchen. Ich brauche hier den Platz zum Fotografieren. Also haben wir möglichst viel aus dem Raum heraus. Also ich finde an Velux auch sehr gut, dass man fast ... Also man kann eigentlich jede Grösse sein. Von Länge bis Breite bis Schmal. Das kann man haben. Ich finde es auch sehr gut zum Pflegen. Das ist das schönste Ort, wo man sein kann. Ja, wenn ich hier bin, bin ich zuhause. Ja, und wir sind hier aus Familien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.